ja hallo und herzlich willkommen bei tria b geschafft praktikum ist vorbei und damit auch die zeit wo ich mal testen konnte wie viel zeit hat man dann wirklich im alltag also noch ohne baby wenn man berufstätig ist und das ist ziemlich wenig muss ich sagen das habe ich auf jeden fall gelernt man muss da wirklich sehr viel zeitmanagement an den tag legen wenn man noch in der woche so sechs bis acht stunden trainieren will die wohnung nicht völlig verkommen soll und man sich sozial noch ein bisschen integrieren will das ist ziemlich schwer auf jeden fall und was ich auch gemerkt habe wenn man wirklich irgendwie beruflich sehr gespannt ist und es irgendwie schwer fällt dann noch nach dem feierabend zu trainieren kann man natürlich wie ich das schon bereits beschrieben habe hier die alltäglichen wege nutzen die man so zurückblickt aber ich habe auch jetzt im büro gemerkt wie anstrengend es sein kann acht stunden irgendwie da auf dem stuhl zu sitzen und habe dann so peu à peu irgendwie immer so ein paar athletik trainings oder kraft trainings einheiten in den büroalltag integriert was ich da genau gemacht habe das zeige ich euch jetzt zuallererst mal mit dem fahrrad auf die arbeit abfahrt oder noch besser gleich auf arbeit laufen und dann auf der arbeit angekommen den fahrstuhl links liegen lassen und natürlich die treppe benutzen das ganze nicht nur einmal sondern dann gleich wieder runter und nochmal hoch und dann nochmal runter und wieder hoch gern auch mehrere stufen auf einmal und gleich noch verschiedene variationen beim hoch und runter gehen einbauen die letzten stufen dann wenn ihr oben ankommt nutzt ihr für ein ausgedehntes badentraining einfach nach vorne und nach hinten wippen und dann einfach noch ein paar step varianten einbauen für die oberschenkel auch das wc könnt ihr ideal nutzen um ein bisschen an eure oberschenkelmuskulatur zu arbeiten einfach mal die wand hocken machen jede kleine wartezeit könnt ihr nutzen um euch ein bisschen zu stretchen und zu dehnen am arbeitsplatz selbst helfen dann zum beispiel fingerhanteln um euch zwischendurch mal ein bisschen aufzupumpen beziehungsweise einfach zu aktivieren warte zeiten die am drucker entstehen können können wir ebenfalls nutzen um euch ein bisschen zu dehnen außerdem könnt ihr zwischendurch wenn ihr lange sitzt einfach mal die beine anheben und ein bisschen rum strampeln das aktiviert eure körpermitte um auch was für eure arme zu tun könnt ihr euch einfach ab und zu mal ein bisschen auf und ab stützen abends geht es mit dem rad zurück oder halt eben zu fuß wenn ihr dann zu hause ankommt seid ihr also schon ideal aufgewärmt und könnt direkt einfach noch ein paar liegeschütze oder klimmzüge dranhängen einfach schnell die jacke aus und zack ein paar liegeschütze gemacht oder schnell noch ein set klimmzüge ja wie ihr gesehen habt gibt es da ein paar möglichkeiten um auch das athletik und krafttraining was ja oftmals dann wirklich hinten runter fällt im triathlonalltag auch im büro zu integrieren ich passe mal kurz zusammen erstens immer mit dem fahrrad zur arbeit fahren oder auf arbeit laufen zweitens immer die treppen nehmen und die nicht nur einmal runter gehen sondern so oft wie möglich drittens die letzte treppenschnufe nutzen um nochmal ein bisschen was für die oberschenkel und die baden zu tun viertens zwischendurch immer mal beim sitzen einfach die beine anheben und so lange wie möglich oben lassen auch einfach zwischendurch mal sich mit den armen irgendwie abstützen und stille räume und leerlaufzeiten nutzen um sich zu dehnen um ein paar übungen zu machen habe auch schon von einigen gehört die auf dem klo mal ein powernap machen für ein paar minuten also ich jetzt nicht aber dann nach dem feierabend wieder die treppe nicht nur einmal runter sondern gleich nochmal hoch und nochmal runter und was ich auch gemerkt habe wenn ich dann zu hause bin und ja auch die treppen wieder hochgelaufen bin und dann habe ich gleich manchmal noch ein paar klimmzüge drangeknallt oder einfach ein paar Liegestütze wichtig ist halt einfach irgendwie über den tag verteilt ein bisschen immer ein paar übungen einbauen müssen nicht viele sein aber wenn ihr das dreimal die woche macht ich habe das jetzt wirklich fast jeden tag im Büro eine sache gemacht einfach mal die treppe zwischendurch nochmal hoch und runter wenn ich gemerkt habe ich sacke so am schreibtisch richtig krass zusammen einfach mal treppe hoch treppe runter war ich wieder fit und munter und dann ging es weiter ja versucht das einfach mal einzubauen könnt auch gerne mal in die kommentare schreiben wie das bei euch funktioniert hat vielleicht habt ihr noch andere Tipps was ich jetzt noch einbauen könnte so im Büro ansonsten vielen Dank fürs zugucken ich habe euch jetzt gefallen falls ja gerne Daumen falls nicht dann auch Daumen nach unten ansonsten Kanal abonnieren Videos gucken Tschüss